Hallo und herzlich willkommen zur 35. Ausgabe von CUT. Heute ist Sonntag, der 3. Februar 2019. Neben mir sitzt wie immer die bezaubernde Donja. Hallo. Und ich bin der Marco, hallo. Ja, neues Jahr, neues Glück. Glück. Ja, ich bin kurz irritiert. Haben wir nicht erst 33? 35. Ja, ich habe extra nochmal nachgeguckt. Okay, dann wieso habe ich 33? Egal. Weiß ich nicht. Ich auch nicht. War ich da nicht dabei? Noch, natürlich warst du dabei. Sollte ich mich jetzt getäuscht haben, nee, ich habe 35 aufgeschrieben, das muss schon passen. Ich habe extra nochmal nachgeguckt auf unserer Homepage, weil es schon wieder so lange her ist, dass wir gepodcastet haben. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht. Wie geht denn das? Einfach quatschen. Ja, wir haben es tatsächlich noch nicht geschafft, oder das wäre eigentlich der falsche Ausdruck. Wir sind 2019 noch nicht ins Kino gegangen, respektive auch nach unserer letzten Episode, nach unserem Jahresrückblick. Wo wir angekündigt haben, wir gehen ins Kino, aber irgendwie gehen wir nicht und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Das ist aber auch so ein bisschen, ein bisschen so am mangelnden Angebot, oder? Also es ist jetzt nicht nur unsere Schuld, sondern es ist... Nein, also ich glaube, also ich bin da so, ich sage, das ist unsere Schuld. Also das ist meine Schuld. Also ich dränge jetzt da auch gar nicht. Also das Angebot ist schon groß und ich meine, es ist ja eh wieder Oscar-Saison und normalerweise würden wir da jetzt schon auch ins Kino gehen. Aber irgendwie zieht uns da nichts hin. Und was, glaube ich, jetzt weniger an den Filmen liegt, sondern eher an unserer Kinofaulheit würde ich es jetzt fast schon nennen. Ja, nee, also ich glaube... Ich würde mich jetzt schon gerade Kinofaul nennen, weil ich habe also die Aussicht, dass vielleicht der Film doch nicht so ist, wie ich ihn erwarte und dann wieder die nervigen Leute drumherum, das weiß ich nicht, tut mich jetzt gar nicht so. Aber wenn jetzt Kinofaulheit hin oder her, wenn jetzt wirklich irgendein Film im Kino wäre, wo wir sagen, boah, den müssen wir unbedingt sehen. Ja, natürlich. Aber wir sind auch so mal ins Kino gegangen, wie wir gesagt haben, ja, müssen wir nicht, aber wollen wir trotzdem sehen. Ja, aber meistens war es doch irgendwie so, dass die letzten Filme zumindest, die wir, wo wir uns vorgenommen hatten, dass wir die sehen wollen, dann sind die ersten Kritiken dann eingetrudelt und dann haben wir gesagt, ah, nee, dann doch lieber zu Hause, weil ja, ich meine... Zu Hause ist halt am schönsten. Ich glaube, ich meine, das ist jetzt hier so ein Luxusproblem. Ich glaube, im Vergleich zu anderen haben wir eine verhältnismäßig kurze Anreise zum Kino, auch eine gute Parkplatzsituation. Aber es ist trotzdem Zeit und es ist vor allen Dingen auch Geld. Die Zeit wäre es jetzt gar nicht so sehr, aber es ist das Geld, das halt da drauf geht für so einen Kinobesuch. Und vielleicht sind wir da auch, was weiß ich, konservativ, aber wir denken halt, okay, ich will das Geld eigentlich nur für Filme ausgeben, von denen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir auch Spaß dran haben. Oder? Ja, ja. Also ich, so die Zeiten, wo ich hier jede Woche ins Kino gegangen bin oder alle zwei Wochen und mir halt auch den letzten Schrott angesehen habe, die sind definitiv vorbei. Ja, das sowieso. Und ich meine, wir haben jetzt halt einfach, deswegen machen wir jetzt auch wieder einen Serien-Eintopf, weil wir halt die letzten Wochen, also wirklich überwiegend auch nur Serien geschaut haben. Also nicht mal irgendwie über Apple TV dann nochmal Filme. Das ist jetzt eigentlich eher weniger. Ja. Und wir haben. Ja, und das ist jetzt so ein bisschen, ja, da ist man dann halt bei so vielen guten Serien auch, weil es ist jetzt schon auch wieder schwer gefallen, da jetzt eine Top 5 zu machen, ist das natürlich auch immer jetzt da ins Kino zu gehen. Und wie gesagt, Geld, Zeit und Nerven zu investieren, weil Nerven, weil, ja, die Leute drumherum, ich sag's immer wieder, ihr nervt einfach. Ja, es ist, ja, du hast es schon vorweggenommen. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, es ist ja auch schon wieder ein paar Lenze her. Ja, der letzte Serien-Eintopf, den wir gemacht haben, war Anfang September 2018 und in der Zwischenzeit haben wir wieder jede Menge geguckt und deswegen haben wir uns entschlossen, eben die vierte Staffel unseres Serien-Eintopfs einzuleuten. Oh, 40 Staffel. Und ja, und auch diesmal haben wir uns wieder darauf verständigt, jetzt nicht einfach alle Serien runterzubeten, die wir jetzt an der Zeit geguckt haben, sondern jeder hat so mehr oder minder für sich seine Top 5 erarbeitet und die wollen wir jetzt durchgehen. Am Ende folgen nochmal so, ich denke, auch so wie beim letzten Mal, so ehrenwerte Erwähnungen, die wir geguckt, gut befunden haben, die es jetzt aber nicht in unsere Top 5 geschafft haben. Enttäuschungen habe ich auch noch aufgeschrieben. Enttäuschungen habe ich zum Beispiel nicht aufgeschrieben, aber die fallen mir ganz spontan ein, glaube ich. Okay, ja, aber ich muss ja meinen kritischen Standard muss ich ja irgendwie aufrechterhalten. Ja, ja, genau, ich bin ja als kritisch beschrieben. Dein Ruf? Ja, mein Ruf, genau. Dein Ruf als Nörglerin. Ja, genau. Ja, gut. Bin ich der Obernerd oder der Obernerg? Dann würde ich sagen, fängst du doch bitte mal mit deiner Nummer 5 an. Oh, und zwar, ja, ich habe auf die Nummer 5, auf Netflix läuft die Serie und zwar ist das Ozark. Da haben wir nämlich Sark und Schreibe zwei Staffeln hintereinander angeschaut. Und das sind insgesamt 20 Folgen. Darsteller sind Jason Bateman, die Laura Linney, Julia Garner, Sophia Hublitz, Jason Butler, Hammer und viele mehr, wie es bei einer Serie so ist. Und da geht es um eine Familie, die in die Ozarks mehr oder weniger flüchtet. Das ist so eine Seenlandschaft, oder? Ja, das ist jetzt bei True Detective, das spielt ja auch wieder in den Ozarks. Und das ist, was mir bis dato noch nie was gesagt hat. Also der Begriff Ozark ist mir noch nie untergekommen. Und jetzt auf einmal ploppt er überall auf. Das ist irgendwie auch, ja, kurios. Und genau, du hast mich jetzt unterbrochen und zwar, der wäscht nämlich das Geld für die Mafia. Und muss fliehen aus New York, glaube ich. Nein, Chicago. Chicago, okay. Genau, er flieht aus Chicago und versucht jetzt in den Ozarks seinen Job weiterhin zu tun und zwar das Geld für die mexikanische Mafia. Ja. Fürs Drogenkartell zu waschen. Das macht er aber nicht aus Spaß seiner Freude. Nee, weil sonst muss er halt sterben und seine ganze Familie halt auch noch. Versucht zwar seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ja, und darum geht es eigentlich im Prinzip. Also das ist so die Rahmenhandlung und das glückt ihm mal mehr und mal weniger. Ich finde es sehr, sehr stimmungsvoll. Es ist gut geschauspielert. Es ist wahnsinnig spannend, auch manchmal. Die Figuren wachsen einem nicht sehr schnell ans Herz. Das war, glaube ich, so ein bisschen dein Problem. Das ist mein Hauptproblem eigentlich. Genau, in der Serie. Aber das Ende der zweiten Staffel hat das Ganze wieder ins rechte Licht gerückt und somit hat es wohlverdient auf meine Top 5 geschafft. Spoiler-Alarm. Also die Serie wird nochmal erwähnt werden. Das heißt, es zu Ohren zu halten. Nein, sie wird nochmal erwähnt werden. An welcher Stelle in meinen Ausführungen sage ich jetzt noch nicht. Aber ja, das ist mein Hauptproblem mit der Serie ist tatsächlich, dass es aus meiner Sicht wenig Sympathieträger gibt. Also man kann schon nachvollziehen, warum die Personen so handeln, wie sie handeln. Das ist jetzt nicht mein Problem. Aber ich finde halt weder, also keinen der Hauptdarsteller, die grandios spielen. Also das ist auch nicht das Problem. Also Laura Linney und Jason Bateman machen da echt einen guten Job. Die Geschichten rund um die Kinder finde ich manchmal so ein bisschen nervig. Das hat aber auch damit zu tun, dass... Dass Kinder sind. Ja, aber man muss denen halt auch irgendwie was zu tun geben, wenn man sie schon da mitnimmt in die Ozarks. Und ja, die Handlungsstränge sind aus meiner Sicht nicht immer so gut gelungen wie die anderen. Aber ja, es ist hochkarätig besetzt. Es ist gut gespielt. Es ist spannend inszeniert. Es gibt auch immer wieder mal Cliffhanger. Ganz interessante Figuren. Aber ja, genau. Nicht so mein... Dein Überhighlight. Dein Überflieger. Okay. Gut, dann kommen wir zu meiner Nummer 5. Und das ist... Oder anders angefangen. Ich habe meine Top 5 unter dem Aspekt gestaltet, dass es Serien sind, die wir noch nicht geguckt haben. Also wir haben definitiv mehrere Serien, also Fortsetzungen von Serien geguckt, die absolut grandios waren. Aber als ich da heute Morgen am Frühstückstisch so in mich gegangen bin, dachte ich mir, nee, eigentlich will ich meine Top 5 nur aus Serien, die tatsächlich neu sind. Oh. Und deswegen ist meine Nummer 5 The Kominsky Method. The Kominsky Method ist eine Comedy-Serie von Chuck Lorre. Chuck Lorre ist der Schöpfer von The Big Bang Theory. Aus dem Jahr 2018 läuft auf Netflix. Und die Hauptrolle spielt kein geringerer als Michael Douglas, als der namensgebende Sandy Kominsky. Und Alan Arkin als Norman Newlander, als seinen besten Freund. Und natürlich weiß man, dass die beiden schon in die Jahre gekommen sind, die beiden Darsteller. Und sie spielen halt im Prinzip zwei alte, grantelnde Säcke. Sandy Kominsky, aka Michael Douglas, ist ein Schauspiellehrer. Deswegen der Titelgebende, der Titel The Kominsky Method, also seine Methode quasi, Schauspiel zu unterrichten, respektive halt auch seine Methoden, um mit den Situationen des Lebens Herr zu werden. Das ist eine gewisse Metapher. Und ich war überrascht, wie viel komödiantisches Talent in Michael Douglas steckt. Ja. Es ist eine Freude, den beiden alten Säcken zuzuhören. Also diese Dialoge sind einfach unfassbar lustig, weil sie halt auch, ja, so das Thema Älterwerden so ein bisschen mit einem Augenzwinkern thematisieren. Ja, und hier Prostata da und Vorsorgeuntersuchung dort und Problem beim Wasserlassen und so. Also das ist echt lustig, aber es geht natürlich jetzt auch so ein bisschen um das Liebesleben im Alter. Und ja, also es ist echt eine schöne, fand ich herzerwärmende, lustige, leichte Comedy-Serie, die mich sehr überrascht hat, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Das sind acht Episoden, kann man im Comedy-Format, also ich glaube eine halbe Stunde dauert da eine höchstens. Also die kannst du locker durchschauen eigentlich. Ja, die kann man, die kann man einfach mal locker durchziehen und die ist wirklich, wirklich großartig. Ja. Genau. Das war meine Nummer fünf, der Kominsky-Method. Ja, und da du jetzt schon so ausführlich darüber gesprochen hast, dann brauchen wir über meine Nummer vier gar nicht mehr so ausführlich reden, weil das ist nämlich auch the Kominsky-Method. Und ja, ich bin natürlich, meine Top fünf bin ich jetzt anders angegangen wie du. Ja, macht ja nichts. Aber das macht nichts. Aber auf jeden Fall ist das auch absolut einer meiner Highlights der letzten Wochen gewesen, weil die zwei halt einfach, das ist so schön mit anzuschauen und es ist halt auch einfach so lustig. Und es ist auch wichtig, wenn man so viele Dramenserien, und es gibt genug Drama auch draußen in der Welt und es ist halt einfach nochmal so ein, ja, so eine Feelgood-Serie auch. Und das ist auch wichtig, dass man das auch mal wieder schaut und also absolut empfehlenswert und wie du es schon erwähnt hast, also da muss ich gar nicht mehr so viel dazu sagen, deswegen. Ja, aber es ist halt vor allen Dingen, weil du sagst Drama, es gibt auch Drama, natürlich genügend Drama in dieser Serie. Ich weiß nicht, der Alan Arkin, also Norman Newlander hat irgendwie eine Drogen-Süchtige Tochter und er hat ja auch Probleme mit der Steuerbehörde und seiner Gesundheit und so. Und das ist aber nicht… Dieses Arbeit von Michael Douglas hat die Probleme, jetzt müssen wir auch nicht zu viel spoilern hier. Aber es ist so ein, wie sie damit umgehen halt, in diese schnodderige Art und es kommen schon, es sind schon hin und wieder mal so ganz kurze, wirklich ernste Momente drin. Die einem dann aber auch wirklich ans Herz gehen, weil einem die Figuren so ans Herz wachsen. Ja, das stimmt und das ist ganz schnell. Ja, also ganz toll. Wir haben nach der ersten Folge schon gesagt, jawohl, super. Wir haben auch wirklich laut gelacht, zumindest du auch. Ja, ganz, ganz großartig. Hast du mich da nicht mehr gehört, weil du so laut warst? Ja, wir kommen ins Gemäßet. Ich denke, da es in unserer beider Top 5 gelandet ist, das dürfte als fette Empfehlung gelten. Kommen wir zu meiner Nummer 4. Und das ist eine Serie, die für mich, glaube ich, eher ungewöhnlich ist, dass man sie in einer Top 5 wiederfindet. Jetzt bin ich gespannt. Es ist nämlich eine Horrorserie. Oh, ja das stimmt, das ist sehr ungewöhnlich. Ja, und es ist Spuk in Hill House. Oder, wie heißt es auf Englisch? The Haunting of Hill House. Hill House. Hill House. Zu viele, zu viele, zu viele Haas. Und ja, das ist eine Horrorserie, 2018 auf Netflix erschienen, hat zehn Episoden von Mike Flanagan konzeptioniert, der bislang wenig in Erscheinung getreten ist. Der hat, Ouija war ein Horrorfilm, der mir zumindest namentlich was sagt, also wo es um dieses Ouija-Board geht. Habe ich aber auch nicht gesehen. Die Serie basiert auf einem Roman von Shirley Jackson. Und zwar ist das schon die dritte Verfilmung sozusagen, habe ich gelesen. Und die erste stammt von 1963. Die hieß Bis das Blut gefriert. Die zweite namens Das Geisterschloss von 1999 mit der Catherine Zeta-Jones und Liam Neeson von Jan de Bond. Oh mein Gott, der ist so schlecht. Hast du den gesehen? Ich habe die Wertung gesehen auf IMDb und dachte mir so, oh mein Gott. Der ist so schlecht, den habe ich echt, ich weiß nicht warum, was mich da geritten hat, aber ja, ich habe ihn gesehen. Und die, ja, die, die im Original hießen beide Filme The Haunting. Und im Deutschen haben sie halt so komische Titel bekommen. Naja, jedenfalls ist es eine Horrorserie, die jetzt aber keine, also das ist, ich unterscheide ja immer so ein bisschen. Du weißt ja, ich fürchte mich nicht gerne, aber ich grusel mich gerne. Und das ist ein Unterschied. Also ich erschrecke mich nicht gerne und deswegen gefällt mir die Serie so, weil sie so eine angenehm Gänsehaut produzierende Grundatmosphäre produziert, die sie komplett durchhält. Die jetzt nicht auf billige Jumpscares, wie man im Neudeutsch sagt, oder Splatter-Effekte setzt, sondern wirklich diese Grusel-Atmosphäre in den Vordergrund stellt. Die Darsteller sind alle angenehm unverbraucht. Ich kannte bis auf Timothy Hutton, der Hugh Crane spielt, kannte ich niemanden. Und auch der Timothy Hutton dürfte vielleicht nur den Älteren unter uns bekannt verkommen. Der hatte nämlich in den 90ern, hatte der so seine Ruhmeszeit. Da hat er dann zum Beispiel French Kiss, kannst du dich an diese Rom-Com noch erinnern? Da hat er mitgespielt. Da hat er mitgespielt, da war er noch jung und knackig. Er lebt jetzt quasi seinen zweiten Frühling in Form einer Serie. Ja, und ich habe ja schon hervorgehoben, was mir da besonders gut gefällt. Ich muss dazu sagen, das Ende hat mir persönlich jetzt nicht so doll gefallen. Ich hatte es nicht ganz so gestört, glaube ich. Es passt schon auch irgendwie in dieses Konzept. Aber die Serie schafft es in weiten Teilen, eine Grundspannung bis zum Ende aufrechtzuhalten. Egal, was man jetzt von der Auflösung halten mag oder nicht. Das stimmt. Und ich muss dazu sagen, also diese Vorgänger, also bis das Blut gefriert hat, dann habe ich es zum Beispiel auch gesehen. Aber das ist ewig her und der ist wirklich gruselig. Also das ist einer der Geisterfilme, die man echt mal gesehen haben muss. Ja. Und ich weiß jetzt auch nicht, jetzt wo du so über den Film sprichst. Bin ich ja nicht. Ja, genau. Stimmt, wir sind ja woanders. Wir sind ja hier. Egal. Ich bin etwas durcheinander gerade. The Haunting of Hill House. Und zwar war ich schon, die Serie hat bei mir schon ziemlich nachgewirkt, weil meinen nächtlichen Klogängen habe ich schon immer ziemlich Angst gehabt. Und es gibt einen Geist, der hat mir echt ziemlich zugesetzt. Und den habe ich immer irgendwie, da hatte ich immer Angst, dass ich den sehe, wenn ich aufs Klo gehe. Und ich weiß jetzt auch nicht, warum man es bei mir nicht in die Top 5 geschafft hat. Aber, ja. Dafür haben wir ja zwei Top 5. Genau, deswegen haben wir ja zwei, weil zwei Köpfe denken mehr. Und ja, er ist eindeutig, also wirklich ein Must-See. Und wie gesagt, das Ende hat mich jetzt auch nicht so gestört. Und, aber die Geister, uff. Also bei mir überwiegt das tatsächlich die Atmosphäre. Und die ist großartig. Und natürlich ist es wie mit allen Gruselfilmen, wo es um irgendetwas Übernatürliches geht, dass man sich, also entweder man mag sowas und man kann mit der Prämisse dieser Serie halt leben, mit diesem Übernatürlichen, oder halt nicht. Ja, wenn man jemand ist, der alle zwei Minuten sich denkt, ach, so ein Quatsch, dann ist es natürlich nichts, ist klar. Aber wenn man sich, wenn man seinen Frieden mit dieser Grundprämisse macht, dann macht die Serie das wirklich clever. Vor allen Dingen, weil sie halt auch eins macht, das wollte ich noch erwähnen, sie spielt in mehreren Zeitebenen. Und das ist richtig gut. Und das ist richtig, richtig gut gemacht. Also das ist jetzt auch von den Überblenden her teilweise so nahtlos, dass quasi eine Szene in der Vergangenheit in die Gegenwart und umgekehrt übergeht, sodass du als Zuschauer ein paar Sekunden brauchst. Um zu überlegen, wo du jetzt gerade bist, gell? Genau, also wirklich, also ohne Cut, sondern wirklich nur so ein Kameraschwenk von heute auf gestern oder so. Also wirklich auch handwerklich extrem gut gemacht und ja, ich bin selbst überrascht, das aus meinem Munde zu hören und diese Serie in meinen Top 5 wieder zu finden. Aber ja, Spuk in Hill House ist eine Empfehlung. Absolut. Gut, dann kommen wir zu deiner Nummer 3. Ui, boah, sind wir flotter. So, und zwar, die Nummer 3 ist bei mir Babylon Berlin. Wir haben es in den letzten Podcasts auch schon mal so als Sonderempfehlung erwähnt. Und ja, die beiden Staffeln, weil es ist ja mittlerweile über, also konntest du ja beide Staffeln über die ARD Mediathek konntest du ja nachschauen. Und es ist halt wirklich, also abgesehen davon, dass es eine deutsche Serie ist und das muss man einfach nochmal extra erwähnen, weil ich glaube, ich habe selten, ich habe glaube noch nie so eine gute deutsche Serie gesehen. Und das ist eine Co-Produktion von Sky und ARD. Das Ganze hat der Tom Tigua. Unter anderem. Unter anderem mitproduziert und Musik hat er gemacht. Den kennt man ja, die Älteren unter uns. Die machen uns doch nicht wieder so alt. Die Lola Rent und das Parfüm. Dafür ist Tom Tigua eigentlich bekannt geworden. Hat später mal so The International gemacht mit Clive Owen, glaube ich. Ja, genau. Der Krieger und die Kaiserin. Also der hat sich damals mit Lola Rent eigentlich und das vor allem das Parfüm internationalen, internationale Anerkennung. Ja, er ist jetzt nicht so mein Lieblingsregisseur, aber da ist ihm jetzt echt was Gutes gelungen. Und vor allem, also Musik, also die ist ja wirklich, also Wahnsinn. Die teuerste Fernsehproduktion der deutschen, die teuerste Produktion der deutschen Fernsehgeschichte. Ja, und das sieht man und das ist auch gut so, weil manchmal musst du halt einfach Geld in die Hand nehmen, um etwas Großes zu erschaffen. Und das haben sie wirklich gemacht und geschafft. Und im Prinzip ist es eine Drama-Krimi-Serie. Also Krimi-Krama. Trimi. Ein Trimi. Eine Drama-Krimi-Serie ist ein Trimi. Genau, das haben sie meisterlich gemacht und zwar spielt da mit der Volker Bruch, die Liv-Lisa Fries, grandios. Ist das die Assistentin da? Ja, genau. Mit Berliner Schnauze einfach. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Und der Peter Gurt, der seinen komischen Assistenten oder Kollegen da spielt. Und der Matthias Brand und noch ganz viele deutsche Schauspieler, die man... Die ich nicht konnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ich manchmal vom Sehen her dachte, ja, da kommen mir so bekannt vor, weil man doch vielleicht zufällig im Vorbeigehen den einen oder anderen deutschen Film schaut. Ja, Hörer, die uns länger kennen, die wissen, dass wir jetzt nicht so die Wahnsinns-Fans des deutschen Films sind. Es gibt natürlich auch ein paar Perlen und Babylon Berlin ist eindeutig eine Perle der deutschen Serien-Film-Landschaft. Spielt im Berlin der 20er, das sollte man auch dazu sagen. Nach dem Ersten Weltkrieg, da sind, also die historischen Fakten sind relativ genau. Also es ist vor allem so eine Serie, entschuldige, dass ich unterbreche, wo man, wo ich zum Beispiel bin so jemand, der gerne mal einfach da mal Wikipedia nachschlägt um die historischen Fakten. Also man schnappt irgendetwas auf und interessiert sich dafür und guckt danach und das ist auch etwas, was nicht alle Serien schaffen. Und ist aber historisch akkurat eingebettet, aber erlaubt sich natürlich hier und da mal eine Freiheit. Ja, aber... Basiert auch auf dem Roman, soweit ich weiß. Ja, irgendwas mit Fisch. Nee, nee, ja, aber der Autor ist nämlich der Gideon, der Hauptdarsteller, also die Hauptrolle. Hier ist der Gideon, ja, der Gideon halt. Ja, genau. Das ist der Autor des Buches. Und weil nämlich auch schon, es sind ja, weißt du, hast du schon gesagt, wie viele Folgen? 16 Folgen sind es. 16 Folgen an zwei Staffeln. Ist auch schon eine dritte angekündigt, beziehungsweise zwei sogar. Die dritte schon bestellt sozusagen. Und die vierte dann auch dann, oder wie? Vierte angekündigt, dritte bestellt, ja. Ja. Wieder basierend auf den Büchern. Freuen wir uns drauf. Ich habe mal getwittert, was passiert, wenn, also das, also wenn man halt Geld investiert in eine deutsche Serie, dann kommt halt statt Berlin Tag und Nacht Babylon Berlin raus. Ja. Berlin Tag und Nacht sagt ja was, oder? Ja, vom Namen her. Ja, das ist so diese Pseudo-Doku-Kacke da. Ja, wie so vieles. Ich meine, es gibt ja auch, wie heißt die, gute Zeit, schlechte Zeit, also dieses ganze RTL, es hat einst Tele-Novela, scheißdreck da. Also tut mir leid, anders kann man es einfach nicht nennen. Oder hier im Bayerischen, der Horm ist der Horm. Ja. Ach du Scheiße, ja. Das ist Soap-Oprah. Ja, ich meine, natürlich hat alles seine Daseinsberechtigung, aber da brauchen wir jetzt nicht von Kunst reden und das ist halt, Babylon Berlin ist Kunst und es ist, die Figuren wachsen einem ans Herz. Es ist wahnsinnig spannend. Es ist sehr, sehr spannend. Also das ist auch wirklich so eine Serie, die kannst du locker, also 16 Folgen jetzt vielleicht nicht, also, aber du kannst die schon sehr gut durchschauen oder du willst sie auch durchschauen. Also da muss man sich manchmal schon vom Fernseher weg wählen. Ja. Und ja, also eine dicke, dicke Empfehlung. Ja, es ist, es gab es, also zu dem Zeitpunkt, als wir sie geguckt haben, haben wir das in der ARD Mediathek, konnten wir das in der ARD Mediathek tun? Ja, genau, weil es kam ja dann eben, die Berichterstattung ist ja dann nochmal so aufgeploppt und dann wir haben ja das Sky Ticket und dann war ja die Serie noch drin, aber dann waren das irgendwie, also die erste Staffel und dann waren das irgendwie nur noch zwei Tage. Bis zur Fernsehausstrahlung. Bis zur Fernsehausstrahlung und dann haben wir gesagt, ja okay, dann gucken wir es halt über die ARD. Ja, genau. Ich weiß aber nicht, ob es momentan außer bei Sky noch irgendwo erhältlich ist, keine Ahnung. Ansonsten einfach in den Handel gehen und kaufen. Natürlich. Dicke Empfehlung. Und was auch, was ich auch noch vorgeben möchte, ist eben die Atmosphäre, also die hohen Produktionswerte. Das macht wahnsinnig viel aus. Also dieses Berlin der Zwanziger wird meiner Meinung nach perfekt eingefangen. Das sieht einfach nicht aus wie eine deutsche Fernsehproduktion. Das ist durchaus, eigentlich ist das, war das für mich jahrelang tatsächlich ein negatives, eine negative Auszeichnung. Deutsche Fernsehproduktion war immer gleichbedeutend mit billig und nicht gut und weiß ich nicht. Also da gab es ganz, ganz wenige Ausnahmen in den letzten Jahrzehnten. Absolut. Hast du noch was zu Babylon Berlin? Nein. Dann kommen wir zu meiner Nummer drei. Und das ist auch eine Serie, die ich so unmittelbar nicht auf dem Radar hatte. Und zwar ist das eine britische Serie von der BBC, ein Drama-Polit-Thriller namens Bodyguard. Und ja, Bodyguard spielt die Hauptrolle der Richard Madden. Den dürften die meisten von euch als Rob Stark aus Game of Thrones kennen. Und der spielt da einen CIA, nee, nee, Quatsch, nicht CIA, gibt es in Großbritannien gar nicht. Nee, gibt es nicht. Aber auch, er arbeitet schon für einen Geheimdienst, oder? Ich weiß nicht, ob er für einen MI6 arbeitet. Aber es ist ein Sicherheitspersonenschützer. Ja, als Personenschützer. Genau, als Personenschützer. Und es ist aber irgendwie, in irgendeinem Ministerium ist es schon dran. Aber da, ja, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Genau, also er spielt einen Personenschützer, der aber, ja, schon so ein, was, wo war da, Afghanistan? Ich glaube im Irak-Krieg, ja. Irak-Krieg, irgendwie schon so posttraumatische Störungen mit sich rumschleppt. Ja, definitiv. Also durchaus ein sehr ambivalenter Charakter. Ja, schon mit ein bisschen gebrochen. Ja, und, ja, ich, mich hat die erste Folge einfach schon mega gepackt. Ja, die ist ja auch gut. Ich will jetzt nicht spoilern, weil es ist nur so, dass die die erste Episode halt einfach schon die Figur wahnsinnig gut einführt, wahnsinnig spannend ist. Zwar hält die Serie, die geht über sechs Episoden, ist relativ kurz, hält weitestgehend den Spannungsbogen nicht immer. Ähm, die Auflösung fand ich okay. Deswegen wundert es mich, dass es bei dir auf Platz drei ist. Also das ist schon, also Bodyguard ist definitiv auch eine Serie, die man empfehlen kann, aber mir hat das, also die Auflösung hat mich jetzt da, ja, den Bogen, also die Qualität hat es einfach nicht gehalten. Also, ja, da muss ich aber sagen, da hat für mich, ich versuche ja immer so ein bisschen abzuwägen. Also es ist ja selten so, also das sind ja nur die wirklich herausragenden Serien, die von der ersten. Deswegen waren wir ja eine Top 5. Ja, aber hatten wir ja jetzt nicht, ich hatte jetzt nicht fünf absolut herausragende Serien gesehen seit September und dann muss ich halt abwägen, auf den unteren Plätzen hatte die Serie irgendwas, was mich nachhaltig beeindruckt hat. Und wenn es, selbst wenn es jetzt nur der Pilot war, der, der wirklich hängen geblieben ist und ein paar einzelne Szenen, muss ich halt sagen, okay, sie hat einfach nachgewirkt. Und das Ende habe ich weitestgehend schon wieder vergessen, das sagt, spricht ja aber auch Bände über das Ende. Aber nichtsdestotrotz hat mich die Serie, ja, zumindest in Teilen, wirklich, wirklich überzeugt und gut gefallen. Okay. Deswegen Bodyguard bei mir. Ja, es ist, wie ich schon gesagt habe, der Schöpfer, es war mir unbekannt, Jet Mercurio, der hat auch so eine BBC-Serie namens Line of Duty gemacht, die ich nicht kenne. Aber vor allem der Richard Madden empfiehlt sich da für Höheres, finde ich. Also der liefert echt eine saugute... Ich finde, prinzipiell, die ganze Cast von Game of Thrones, das sind alle Superschauspieler. Ja, nicht alle. Ja, aber der überwiegende Teil, also gerade Rob Stark oder auch Jon Snow, also der Kit Harington, das sind alle Superschauspieler auch. Das war ja, in England war das ja ein ziemlicher Straßenfeger, also das ist ja über die BBC ausgestrahlt worden und ja, da waren wohl viele Menschen zu dem Zeitpunkt zu Hause und haben diese Serie gesehen. Ich will jetzt nicht sagen Menschen leer. Hat übrigens nichts mit dem Film mit Kevin Costner und Whitney Houston zu tun, gar nichts. Ja, gar nichts, also gar nichts. Nur den Titel. Ja, aber, ne, ich darf jetzt nicht so viel sagen. Nein, das passiert nicht. Ja, genau. Aber... Es fängt niemand an zu singen. Sagen wir es mal so, genau, es singt niemand. Also nicht absichtlich. Ja. Also, genau. Ja, dann sind wir schon bei deiner Nummer zwei. Ja, und zwar, ich habe das Ganze ja ein bisschen anders gemacht. Also ich habe jetzt einfach von denen, ich glaube ich habe es mal aufgeschrieben, sind es jetzt 16, 18 Serien? Ja, 16 plus. Ja, die wir angeschaut haben und ich habe da jetzt halt nicht darauf geachtet, habe ich jetzt die erste Staffel, zweite Staffel oder irgendwie so. Mir ging es jetzt einfach darum, welche von den Serien habe ich mich am meisten geflasht und da war halt eindeutig, auf Platz zwei ist Daredevil, die dritte Staffel mit dabei. Oh ja. Und nachdem die zweite wieder so ein bisschen schwächer war, wurdest du mit der dritten, also mehr als wieder belohnt, das wieder anzuschauen. Und es ist halt von den ganzen Marvel-Serien auf Netflix mit dem Punisher ist Daredevil halt einfach eine wahnsinnsgute Serie, wahnsinns Schauspieler, wahnsinns Atmosphäre, die Dialoge. Es ist, ja, es gibt Gewalt und die ist manchmal auch wirklich schwer mit anzuschauen. Also da wird auch wirklich so vom Zuschauer einiges abverlangt, aber es ist halt einfach, ja, wirklich der helle Wahnsinn. Und was ich schade finde ist, dass es jetzt nach der dritten Staffel, das ist nämlich jetzt auch schon bekannt worden, dass Daredevil auf Netflix kein Zuhause mehr hat. Also es gibt nach den drei Staffeln ist dann Feierabend, was vielleicht so ein bisschen dem geschuldet ist, dass Disney ja jetzt ihren eigenen Streaming-Dienst aufmachen möchte. Und man weiß jetzt nicht, was die da mit ihren Marvel-Figuren machen, weil Marvel gehört ja zu Disney. Und dann kann es gut sein, dass die da selber was basteln. Und was irgendwie schade ist, weil das ist jetzt ein Konzept, das eindeutig funktioniert. Ja, die anderen, Jessica Jones und Luke Cage und da haben wir ja nicht mal die zweiten Staffeln fertig geschaut. Luke Cage und Alan Fist weine ich jetzt keine Träne nach, muss ich ehrlich sagen. Nee, da haben wir nicht mehr die zweite Staffel geschaut. Ja, Defenders, das hat jetzt wieder funktioniert. Besser funktioniert. Hat besser funktioniert, aber nicht. Kommt nicht an Daredevil an. Kommt nicht an Daredevil an. Ja, ich mochte an der dritten Staffel, wie du schon sagtest, die zweite, hatten wir schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie nicht wissen, was sie eigentlich wollen. Und die Stärken der ersten Staffel waren ja eben, dass es ja schon erstmal so eine, wie sagt man denn, so eine, ja, so eine Origin-Story per se war es ja nicht, aber er musste sich ja erstmal selbst finden als Daredevil. Und die zweite große Stärke war natürlich Wilson Fisk von Vincent D'Onofrio, grandios verkörpert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wie mir scheint, hat man sich das, hat man sich da zurückbesonnen auf die Stärken der ersten Staffel und im Grunde bekommt man ja wieder was ähnliches, Wilson Fisk spielt ja wieder eine tragende Rolle. Und auch er als Held ist an einem Scheideweg angekommen, wo er sich halt überlegen muss, wie soll es weitergehen? Ja, also es fängt ja nach Defenders, geht es ja wieder weiter. Wo er ziemlich am Boden ist. Aber das ist ja irgendwie ein bisschen fies, weil du musst halt im Prinzip die ersten zwei Staffeln von Daredevil gesehen haben und du musst Defenders gesehen haben, dass du so ungefähr verstehst, warum er jetzt am Anfang der dritten Staffel halt so drauf ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Also durch Defenders müsst ihr euch halt durchquellen. Wobei, wobei Defenders ja wie gesagt immer noch das Bessere ist, aber mit der Leuchtefaust, genau. Ja, aber sonst versteht ihr diesen Konflikt nicht, den er halt immer mit sich rumträgt und der sehr ausgeprägt ist. Ja, aber ich finde aber auch, du kennst ja meinen Grundsatz, man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist, also was jetzt Serien betrifft. Und auch wenn ich jetzt traurig darüber bin, dass man es eingestellt hat, so hat es doch auf einer Note geendet, die finde ich aber auch passt. Es ist jetzt nicht so, also ich finde, dass die Serie mit der Schlussszene dann auch einen schönen Abschluss gefunden hat, auch wenn man natürlich sich noch vorstellen könnte, dass es weitergeht. Das stimmt. Nicht so, dass jetzt da tausend offene Fäden und Cliffhanger offen gelassen wurden, sondern man hat schon gemerkt, im Prinzip ist jetzt so ein Storybogen abgeschlossen und jetzt könnte man sich was Neuem widmen, aber ja, Netflix, respektive die, die was zu sagen haben, haben geschlossen, dass es halt nicht fortgesetzt wird. Ja, schade. Schade. Dann kommen wir zu meiner Nummer zwei und das geht ein bisschen schneller, weil wir die nämlich schon hatten. Ui. Und meine Nummer zwei ist nämlich Babylon Berlin. Okay. Babylon Berlin habe ich deswegen so hoch angesiedelt, das hat für mich, das ist so dieses, dieses, dieser Aspekt einfach des Unerwarteten, der mich bei Babylon Berlin einfach dermaßen unvorbereitet getroffen. Und sowas mag ich halt auch, wenn du etwas überhaupt nicht auf dem Schirm hast. Wenn du vielleicht noch so Vorurteile mit dir rumschleppst und so Meinungen hinsichtlich eben deutscher Fernsehproduktionen. Und dann wurde ich eben in so vielerlei Hinsicht überrascht, sehr positiv überrascht, dass das für mich eigentlich nur auf, dass das für mich den zweiten Platz rechtfertigt. Ja, ich habe ja auch, also im Prinzip teilen die sich bei mir eigentlich auch den zweiten Platz, aber dann musst du dann halt immer abwägen. Ja, klar. Also im Moment. Das wäre jetzt auch jederzeit austauschbar. Alles, was in unseren Top 5 landet, ist nicht schlecht. Ja. Oder? Würde ich jetzt mal sagen. Absolut. Also es ist keins dabei, wo wir sagen, ja, kann man sich mal angucken. Nee, nee, also alles, was in unseren Top 5 ist, ist für uns eigentlich eine dicke Empfehlung. Die kann man sich gucken und wird seinen Spaß daran haben, zumindest aus unserer Sicht, unserer bescheidenen Meinung nach. Also insofern drängt sich da oben eh alles ziemlich eng beieinander und ja, hier im Platz hin oder her. Bei mir ist es halt auf Platz 2 gelandet. Und jetzt, Trommelwirbel, kommen wir zu Nummer 1. Zu Nummer 1. Genau. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dadurch, dass du das noch nicht genannt hast, dass wir beide eh dieselbe Serien auf Platz 1 haben. Ja. Und zwar ist das Big Little Lies, Staffel 1, die HBO-Serie, die man auf Sky schauen kann. Und das war ja auch so, ich wollte sie ja auch schon ewig schauen, die ist jetzt auch schon ein bisschen älter, die ist von 2017. Ja. Und es soll jetzt aber auch dieses Jahr eine Fortsetzung kommen, zum Glück. Obwohl? Obwohl. Es eigentlich als Miniserie konzipiert war. Ja, genau. Aber die ist so erfolgreich, dass sie gesagt haben, ja, da bringen wir alle, die ganzen Damen bringen wir nochmal zusammen und wir drehen dann die zweite Staffel. Und es ist so gewesen, dass ich die ewig schon auf dem Schirm hatte. Beide eigentlich, ja. Beide, ja. Und Sky sie dann irgendwie wieder rausgenommen hat. Und auf einmal, zack, war sie wieder da und dann, oh mein Gott, schnell schauen, bevor sie dann wieder weg ist. Weil das ist, also den Algorithmus von Sky muss ich nicht nachvollziehen. Und warum wir sie auf dem Schirm hatten, ja, 16 Emmy-Nominierungen, sechsmal gewonnen und drei Golden Globes. Also das ist auch, ja, kann man als Grund ansehen. Es ist auch absolut gerechtfertigt und ich glaube, ich habe selten, es ist schon lange her, dass eine Serie so, wo du denkst, oh mein Gott, also die haut dich wirklich vor den Füßen. Also wo du wirklich, also wo es nochmal so einen Twist gibt am Ende, wo du denkst, oh mein Gott, das habe ich jetzt nicht erwartet. Also die trifft dich frontal, also das springt dir ins Gesicht und denkst so und jetzt, also es ist der Wahnsinn, was die Serie mit einem macht. Es ist super gut geschrieben. Es ist unglaublich starke, vielschichtige Frauen. Ja, Frauen halt vor allem, also das ist absolut eine Frauenserie, aber jetzt nicht irgendwie, da geht es jetzt nicht die ganze Zeit ums Shoppen oder so. Nee, 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 nee. Das ist halt wirklich, ja, Charakterstudien par excellence. Menschliche Abgründe. Menschliche, ja, also wirklich, also jetzt nicht Frauenabgründe, aber so menschliche Abgründe. Und da hat halt wirklich jeder sein Päckchen zu tragen und das, was man vorne sieht und das, was hinten. Big Little Lies. Big Little Lies. Also da ist wirklich viel vorne Schein, also vorne Hui und hinten Pfui, also wie sagt man da? Also das kommt sehr oft vor. Und ja, da hat auch wirklich jeder auch nochmal so, glaube ich, seinen eigenen Lieblingscharakter. Und manche machen es einem auch nicht so leicht, zum Beispiel die Laura Dern spielt eine Helikoptermutter. Wahnsinn. Also die Renata. Die Renata und das ist halt wirklich, wo du denkst so, oh mein Gott, also wenn ich mit so einer Frau konfrontiert würde, das ist das, aber das ist Wahnsinn, wie sie spielt. Also wirklich, da ist alles abgedeckt und auch die Reese Witherspoon, die jetzt wirklich nicht zu meinen Lieblingsschauspielerin gehört. Aber Wahnsinn, wie sie da spielt und auch die Nicole Kidman, die ja, ja, eh, also. Die hat sowas Unmenschliches, die ist so, so entrückt irgendwie. Ja, so langsam ist sie echt so, wird sie zur Göttin, ich weiß auch nicht. Ich bin eigentlich auch immer. Sie hat auch den zweiten Frühling, gell? Ja, und ich weiß nicht, also ich würde sie nie als, als auch super Schauspielerin, aber sie ist, sie ist der Wahnsinn. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie nochmal irgendwie Unterricht hatte oder so oder ob jetzt da, keine Ahnung, die Ehe von Tom Cruise irgendwie ein Hindernis war, also keine Ahnung. Die ist mit Keith Urban verheiratet. Ja, habe ich auch schon sehr lange. Country Rock Musiker. Ja, also das ist der Wahnsinn. Oder vielleicht, die ist jetzt auch schon auf jeden Fall über die 40. Ja, ja, deutlich. Ja, und, ja. Sie ist aber immer noch sehr... Ja, sie macht ja auch was. Ja. Sie Botox-Kleider. Aber sie hat, sie hat, sie sieht jetzt nicht mehr so schlimm aus wie früher. Und sie hatte mal so eine Phase, wo sie aussah, als hätte sie eine Porzellanmaske getragen. Ja, so aus. Und jetzt ist es so... Jetzt ist es natürlicher. Jetzt ist es natürlicher. Ich weiß nicht, was sie da anders macht, aber... Vielleicht lässt sie es einfach, hoffentlich. Weißt du. Weil diese Botox fressen, das ist schon schlimm. Ja, also... Um was geht es denn überhaupt? Um was geht es denn überhaupt? Naja, also die, die Shailene Woodley... Shailene Woodley. Shailene Woodley, die kommt mit ihrem Sohnemann in dieses... Ich weiß gar nicht, wo spielt denn das eigentlich? Auf Hawaii? Oder wo ist denn das? Nee, das ist auch so eine südamerikanische Küstenstadt, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Südamerikanische, das spielt... Aber nicht Südamerika. Nee, nee, Südamerika. Also Südküste, so wollte ich sagen. Oder? Ja, aber ich denke immer, das ist Hawaii. Nee. Na okay, scheiße recherchiert wieder hier. Ist ja egal. Es gibt einen Abzug in der P-Note. Es ist eine High-Upper-Class-Küstenstadt, oder? Ja, also wo wirklich die Schule auch so weit weg ist, dass wirklich jedes Kind persönlich von den Eltern dahin gefahren ist. Weiß man ja nicht, wie weit weg. Naja, also anscheinend schon, da ist schon so eine Brücke, wo sie da immer, das sieht man ja auch im Vorspann, der auch echt toll ist. Und die Musik, also der Soundtrack ist auch wieder Wahnsinn. Und ja, und die Damen fahren ihre Kinder in ihren SUVs zu dieser Schule. Und es ist halt alles auch, ja, sehr, ja, wie soll man sagen? Ja, das ist so. Ja, das sind halt alles schon so Helikopter-Mädels, außer die Shelly Woodley, die eigentlich augenscheinlich jetzt erstmal da nicht reinpasst, weil die anderen halt offensichtlich alle sehr, 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 sehr viel Geld haben. Und sie ist so, ja, sie... Alleinerziehende Mutter. Alleinerziehende Mutter. Sie ist halt, sie kämpft sich da auch so ein bisschen mit Jobs und so durch und will halt einfach ihrem Kind eine gute Erziehung, eine gute Kindheit an einem guten Ort halt einfach auch schenken. Und ja, und dann lernt man halt die Figuren kennen und so langsam kommen die Abgründe so lange auf. Und wobei ich finde halt, also, dass sich die, manche dieser Mütter dann, ja, Reese Witherspoon und auch jetzt Nicole Kidman eben als deutlich weniger oberflächlich erweisen, als sie zunächst scheinen. Also das ist ja immer so, ich finde also dieses erste Zusammentreffen da vor der Schule, das scheint ja irgendwie der erste Schultag im neuen Schuljahr zu sein. Und da werden schon so die Weichen gestellt, wie, wer zu wem steht, ja. Ja, aber dann, dann denkt man sich schon, oh mein Gott, sind die alle furchtbar, ja, und alle so oberflächlich, ja, und schön dich zu sehen. Ja, ja. Aber das hebt sich halt sehr schnell auf und dann schließen sich ja auch Freundschaften zwischen dieser Charlene Woodley, die mit ihrem Sohn da. Und da fängt dann die Serie an, einfach die Tiefe dieser einzelnen Figuren zu begründen. Ja, genau. Und ja, zentral geht es ja um den Mord. Ja, das ist nämlich auch, da wird in Rückblenden dann immer erzählt, also du erfährst eigentlich relativ schnell, wie die Serie endet. Und zwar… Ein Mord, du weißt halt nur, dass… Ja, es gibt eine Schulfeier, also es gibt eine Feier, dass es eine Schulfeier ist, das wird dann immer ein bisschen später und das sieht man nicht. Und dass halt jemand ermordet ist, du weißt aber nicht, wer… Und von wem. Und von wem, das weißt du nicht. Und das ist, und dann wird halt in diesen sieben Episoden, kommt halt immer mehr raus. Und es werden dann auch immer, die Leute werden dann auch verhört, also die ganzen Lehrer und Bekannte, also die dann halt immer ihre Meinung auch zu diesen Mädels dann auch haben. Und ja, die sind halt alle auch nicht gut, weil ja, da spricht schon sehr oft auch der Neid dann auch raus und Gehässigkeit und ja, also wie halt… Da sagt natürlich auch keiner dem anderen die Wahrheit irgendwie so ins Gesicht oder was man von einem hält oder manche warten auch irgendwie auf Konfrontation zwischen den einzelnen Müttern und ja, also das ist also schon auch interessant zu beobachten. Es ist im Prinzip eher so wie so eine Menschenstudie auch und ja, und dann am Ende gibt es dann halt die Auflösung. Und das ist halt mehr als wow, das ist so wow, wow, wow. Das ist eigentlich so ein mittlerweile eher fast schon klassisches Krimi-Element, dass man quasi die Leiche, beziehungsweise hier sieht man ja nicht mal die Leiche, sondern du weißt halt, es ist was Schreckliches passiert. Das ist das, was du am Anfang weißt, dass es ein Mord war, das kommt sehr schnell raus. Aber das ist schon so ein klassisches Element, dass du dann den Rest der Zeit, ob das jetzt ein Film oder halt in dem Fall eine Serie ist, läuft die Handlung auf diesen Punkt zu und es ist eine ganz hohe Kunst, vor allem der Drehbuchautor, den Zuschauer trotzdem so lange im Dunkeln zu lassen, dass der nicht schon nach der Hälfte sagt, naja, alles klar. Ja, ja, absolut. Ja, genau aus diesem Grund, man darf jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich frage mich, oder ich bin gespannt, wie die zweite Staffel weitergeht. Und ich glaube, das kann ja nur sozusagen die Aufarbeitung der Ereignisse aus der ersten Staffel, es kann jetzt nicht was Neues sein, verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß, aber ich glaube, das ist auch so die Handlung. Weil es ist, und dann frage ich mich aber, ist, weil dieses Element war schon, fand ich genial, auch ohne dieses Element hat mir die Serie gefallen, aber wenn es dann raus ist, wie sich das dann anfühlt. Also ich freue mich drauf. Es wird ja dann schon, ja, nee, wir spoilern nicht, aber es kann, doch, ich kann es mir vorstellen. Natürlich, diese Darsteller einfach wieder in Aktion zu sehen, das ist, ja, tolle Serie. Nee, ich würde sogar sagen, also leider Gottes, ja, HBO-Serien hat man immer so ein bisschen, ist ja in Deutschland Sky-exklusiv erstmal und ich weiß nicht, gibt es die schon zu kaufen? Ja. Gibt es schon zu kaufen? Ja, ja, weil schon lange. Also wenn ihr jetzt sagt, oh, ich weiß nicht, kaufen, natürlich, ja, unterstützt euren Einzelhandel, aber das ist eine Serie, wo es sich alleine dafür lohnt, mal ein monatlich, ohnehin monatlich kündbares Sky-Ticket-Abo abzuschließen. Ich weiß nicht, das kostet irgendwie fünf Euro, um einmal diese Serie durchzubingen, diese sieben Episoden und wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch danach, könnt ihr euch gleich wieder kündigen, wobei es bei Sky wirklich auch Hochkaräter zu sehen gibt. Also wir sind mittlerweile dabei geblieben, also wir haben jetzt tatsächlich drei Streaming-Anbieter, die wir abonniert haben. Ja, ich habe ja gesagt, wir sollten dabei bleiben. Ja, weil wir doch hin und wieder bei Sky landen. Ja, wir haben jetzt, also wir sind heilfroh drum, weil wir jetzt im Moment in den Genuss der dritten Staffel True Detective kommen zum Beispiel, natürlich auch wieder Game of Thrones exklusiv sein wird. Nebenbei, wenn sonst nichts ansteht, ja, The Sopranos wieder gucken, auch ein HBO-Klassiker. Und solche Sachen würden uns halt entgehen, hätten wir nicht Sky, mir ist Sky jetzt nicht, also ich würde jetzt nicht dieses klassische Abo abschließen wollen. Nee, nee, sowieso nicht. Also Sky-Ticket kommt unseren Sehgewohnheiten da sehr entgegen. Ja, also man kann ja da immer noch unterscheiden zwischen Filme und Serien, aber es macht eindeutig Sinn, sich so ein Sky-Ticket-Serien zuzulegen, weil es halt einfach, es gibt halt manche Serien, die kommen vielleicht irgendwann mal, also zum Beispiel habe ich jetzt geschaut, Big Little Lies, könntest du zum Beispiel auch über Amazon Prime schauen, aber dann halt nur in Englisch. Und es gibt halt viele Serien, die gibt es halt einfach nur in Deutsch auf Sky und Punkt, es ist so. Oder du kaufst es dir und es ist halt immer bei Serien, kann ich schon verstehen, wenn der eine oder andere sagt, ah, die möchte ich mir jetzt nicht so gern kaufen, weil erstens mal weiß ich nicht, was mich da erwartet. Und wenn ich es dann geschaut habe, dann habe ich es geschaut. Also es gibt halt wirklich wenig Serien, die du halt nochmal anschauen kannst, wie jetzt zum Beispiel, weil wir jetzt die Sopranos nochmal angefangen haben, da war ich jetzt auch wieder so ein bisschen schuld. Weil einfach die Serie jetzt, ihr 20-jähriges Jubiläum, ihr 20-jähriges Jubiläum, das muss man sich mal überlegen und das ist halt wirklich immer noch eins der bestbewertesten Serien aller Zeiten. Ich meine, sieht man ihr Alter an? Ja, aber sie ist einfach. Und bei der zweiten Sichtung musste ich eindeutig bis jetzt mehr lachen, also sie ist sehr lustig. Sehr lustig, ja wirklich. Und kann ich, ja absolut. Und die Sopranos, also die muss, wenn jemand gern Serien schaut und es tut mir leid, da kommt echt keiner drumherum. Also das ist, jetzt können wir eigentlich gleich rüber schwappen zu den besonderen Empfehlungen. Ja, habe ich schon. Hast du schon eine Markierung gemacht? Ja, habe ich. Sehr gut. Genau, also wir sind ja da gerade bei den Sopranos, was wir jetzt so wahrscheinlich jetzt wieder so ein bisschen auf Eis legen müssen, weil wir jetzt aufgrund der letzten Staffel Game of Thrones, wir ja auch gesagt haben, dass wir die komplette Serie nochmal von vorne anschauen. Ja, aber da werden wir noch ein bisschen brauchen. Wir haben jetzt Pause gemacht. Bei Sopranos? Ja. Ich meine die Game of Thrones schauen wir nochmal. Achso, ich war gerade abgelenkt. Achso, passt schon. Ja. Besondere Erwähnungen. Hast du noch? Ja, ich habe noch ein paar, weil ich ja wie gesagt nicht, also Serien, die wir weitergeguckt haben, jetzt nicht in meine Top 5 aufgenommen habe, aber unter die besonderen Erwähnungen fällt bei mir zuvor, dass erst mal, weil du es in den Top 5 hattest, Ozark. Die ich jetzt zwar nicht so gut fand, dass ich sie in meine Top 5 aufnehmen wollte, aber wirklich trotzdem anerkennen muss, dass es eine herausragende Serie ist, die, wenn man für sowas Interesse hat, gucken kann. Es ist so, man merkt schon so ein bisschen, das wäre jetzt aber unfair, ein bisschen das zu vergleichen, aber es geht schon so ein bisschen in Richtung Breaking Bad, also dass ein Familienvater, der quasi aus eher, ja, der Gut, der Schlechtes tut, um seiner Familie Auskommen zu. Um Gutes zu erreichen. Ja, ich weiß nicht, wie man es, aber man merkt schon so ein bisschen, aber nur von der Grundthematik her, so eine Anleihe, aber thematisch ist es dann doch ganz anders, er kocht ja kein Mess, sondern. Ja, aber so wird es eh die ganze Zeit verkauft, also wenn du über Ozark liest, dann wird Breaking Bad eh immer mit erwähnt, also das ist natürlich jetzt nicht so, ja, brisant, gerade wegen diesem Drogen, aber ja, es geht schon in die Richtung. Und wie gesagt, das ist eh in meinen Topfen. Was hast du noch? Ich habe noch drei, also ich weiß nicht. Ja, ich habe zwei, also und zwar das habe ich ja alleine geschaut, weil du wieder unterwegs warst und dann habe ich auf Netflix habe ich Sex Education angeschaut und ich fand diese Serie ganz, ganz toll. Ich freue mich jetzt auch, weil Netflix schon die zweite Staffel auch bestätigt hat und da ist eine englische Serie, was ich jetzt gar nicht wusste. Ich dachte eigentlich, es wäre jetzt eine amerikanische. Jillian Anderson spielt mit und zwar ist es da eine Sextherapeutin und ihr Sohn mit seinem Kumpel, der homosexuell ist und einem, ja, sie wird so ein bisschen als Schulflittchen bezeichnet, eröffnen in der Schule so eine, ja, so eine Art Sextherapie. Also es ist so, dass er natürlich so ein bisschen geübt ist, dadurch, dass seine Mutter ja die Praxis auch zu Hause hat und dann bekommt er das einen oder anderen Gesprächsfetzen mit. Und es ist so, dass er jetzt in der Schule halt quasi so mehr oder weniger halt Sex-Tipps gibt. Es sind weniger Sex-Tipps, als man eigentlich glaubt, weil letztendlich geht es dann auch immer nur ums Emotionale und was, um Herzensangelegenheiten und da gibt er halt dann einfach auch immer Tipps. Und das hilft dann seinen Mitschülern auch und die Serie hat wie einige Lacher auch sehr ernste Themen und da geht es wie jetzt zum Beispiel Homosexualität oder auch Abtreibung oder also das komplette Programm ist halt mit dabei, was halt Jugendliche durchmachen. Und es ist wirklich sehr, sehr witzig, sehr warmherzig erzählt. Die Figuren wachsen einem sehr schnell ans Herz und ich mochte sie wirklich sehr gerne. Also ich habe die acht Folgen oder wie viele Folgen? Ich weiß nicht, circa. Ja, habe jetzt in zwei Tagen durchgezogen, also weil da wollte ich jetzt auch nicht aufhören. Genau, meine Empfehlung. Ja, natürlich habe ich mit drauf, Der Devil Staffel 3, also wenn ich das jetzt nicht erwähnen würde, dann wäre das eine Schande, weil du hast ja sogar in deinen Top 5 und ja, haben wir aber auch schon alles drüber gesagt. Was, worüber wir noch nicht gesprochen haben, die ich auch absolut erwähnenswert finde, ist die Narkos Mexiko. Habe ich auch. Die du auch in deinen Empfehlungen hast. Das ist im Grunde genommen, ich sage es jetzt mal so, es ist eine neue Serie, im Grunde ist es aber die vierte Staffel in dieser Narkos Reihe. Also von Narkos gab es ja drei Staffeln, wo es um Pablo Escobar ging in den ersten Zweien und dann um das Calicatel in der dritten. Und jetzt hat man so den Schauplatz nach Mexiko verlagert. Es gibt aber deutliche Parallelen, auch nicht nur storytechnisch, sondern auch von den Schauspielern zum Teil, also von Wiedersehen zum Teil, ist nach wie vor auf höchstem Niveau. Also kann man nicht anders sagen, auch wenn sich jetzt die Darstellerie so ein bisschen durchgewechselt hat. Jetzt habe ich mir den Hauptdarsteller nicht aufgeschrieben. Den kennt man aus dem letzten, aus Star Wars, Rogue One. Wie ist der Luis? Spielt der mit, man kennt ihn. Auf jeden Fall Michael Peña spielt mit. Michael Peña spielt eine ernste Rolle. Ja. Und wächst einem ziemlich ans Herz, finde ich. Spielt er ziemlich, ziemlich gut. Hätte ich nicht gedacht. Und es ist wirklich, ja, geht halt um mexikanische Drogenkartelle und den Aufstieg eines bestimmten, einer bestimmten Person. Und es ist ja eh, glaube ich, gerade in den Nachrichten, und zwar wird ja gerade der Fall, ist ja gerade vor Gericht mit dem El Chapo und der auch schon erwähnt wird. Und ich glaube, man sieht den auch schon kurz, den Jorking Gussman. Ja. Und genau. Und es ist dann halt, wenn du dieses Jahr hier halt siehst und im Prinzip bewegen wir uns jetzt in eine Zeit rein. Also die zweite Staffel wird sich dann in eine Zeit bewegen, wo dann also, wo es dann immer aktueller wird. Und auch hier wieder diese historische Genauigkeit. Und du könntest halt wirklich auch wieder hier, das ist so eine Serie, wo du nebenher wikipedia und ich finde auch das Casting super, weil die Figuren halt auch wirklich den realen Figuren halt, also die Schauspieler sehen den realen Figuren auch wirklich sehr ähnlich. Und es ist halt auch wieder, also von der Spannung her, von den Dialogen her, also es ist wirklich wieder wahnsinnig gut gemacht. Obwohl es halt komplett mexikanisch, was ist die Sprache? Spanisch? Spanisch. Spanisch, oder? Ja, genau. Komplett mit Untertiteln, eigentlich nahezu vollständig mit ein paar englischen Fetzen. Also das ist zum Beispiel eine Serie, die man im Original gucken kann, weil sie sowieso... Meistens in Spanisch. In vier Fünftel Spanisch ist. Ja, ja. Und macht aber, tut der Sache keinen Abbruch. Auch, wie du schon gesagt hast, hat durch tatsächlich reelle Fernsehnachrichten, Ausschnitte, Filmschnipsel auch so einen gewissen dokumentarischen Touch verankert das Ganze halt in diesem historischen Kontext und macht es halt extrem sehenswert. Also klar sind das jetzt alles keine Sonnenscheinchen, die man da, dem man da zuguckt. Aber ich mag das halt, wenn einem eine Serie oder ein Film einfach Figuren präsentiert, die halt nicht einfach so in ein Schwarz-Weiß-Schema einzuordnen sind und wo man dann plötzlich merkt, man fiebert mit dem oder derjenigen mit, obwohl es ein mordendes Arschloch ist. Und das ist ja auch eine hohe Kunst und auch ein Balanceakt, muss ich ja auch dazu sagen, weil man darf und sollte natürlich auch solche Figuren nicht verherrlichen, was sie auch nicht tun. Also ich finde, dass sie schon immer in einem gesunden Maß immer, ja, beide Seiten ausreichend beleuchten, sodass du dir als Zuschauer ein sehr differenziertes Bild dieser Drogenmafia machen kannst. Das stimmt, ja. Ja, finde ich toll. Ja. Was hast du noch neu erwähnt? Nein. Das war's schon. Ich habe noch eine, und zwar der Abschluss einer von uns auch sehr geliebten Serie, und zwar eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Da muss ich jetzt deswegen lachen, weil ich habe unter Enttäuschung habe ich das Staffelende da mit reingenommen. Also weil, ich liebe diese Serie ja auch heiß und innig, aber das Staffelende, das ging gar nicht. Und wir haben uns sagen lassen, ja, das ist auch im Buch so. War unbefrägend. Ja, das war's. Ich mochte, also ich mochte die dritte Staffel, ich habe sie geliebt bis, glaube ich, zur vorletzten Folge. Ja. Und dann... Ich bis zur letzten. Bis zur letzten. Dann hat das eine Richtung genommen und ein Ende vor allen Dingen gefunden, dass wir beide halt einfach unbefriedigend empfanden. Das mögen andere anders sehen. Nichtsdestotrotz lässt man das mal außen vor, ist die dritte Staffel wieder auf einem Niveau, die uns wieder herzhaft hat lachen lassen. Wir stellen aber doch fest, dass das sicherlich eine Serie ist, die man nicht jedem uneingeschränkt empfehlen kann, weil das eine ganz besondere Art von skurrilem Humor ist. Und der ist, das ist dieses dauerhaft permanent überzeichnete, fast schon Comichafte, die Figuren einfach vollkommen absurd. Ja, und entweder man sitzt halt davon und denkt sich, hä? Oder man lacht sich verkauft. Ja, ich glaube, das ist hä und lachen gleichzeitig. Ich mag die, einfach diese Produktionswerte, das ist so Barry Sonnenfeld, einfach wenn man seine Merke kennt, diese Handschrift findet man da wieder, das ist großartig. Und ich finde nach wie vor Neil Patrick Harris in seiner absoluten Paraderolle, als Graf Olaf. Ja, der Wahnsinn, ja. Der ist unglaublich, der Mann. Ja, das war es mit meinen besonderen Erwähnungen. Dann kommen wir ja quasi nahtlos zu den besonderen Enttäuschungen. Ja, und zwar habe ich gleich das Erste, was mir eingefallen ist und es ist halt einfach dafür, dass halt so viel Wirbel um diese Serie gemacht worden ist. Und auch die dir, egal wo du warst, ist ja irgendwie Werbung auch dafür gemacht worden. Das ist ja auch zum Beispiel, ich war letztes Jahr in Köln auf den Gamescom und da wurde ja auch für diese Serie geworben. Und das ist halt Tom Clancy's Jack Ryan. Und das war schon auch eine Serie, wo ich mich sehr drauf gefreut habe, weil so CIA, Spionage, das sind eigentlich alles so Zutaten, die ich sehr, sehr gern mag in so Serien oder auch in Filmen. Aber, meine Fresse, war das langweilig. Es war so langweilig, dass ich ausgestiegen bin. Du bist ausgestiegen, genau. Ich habe es dann, du hast dann irgendwas anderes gemacht nebenher und ich habe dann halt noch weitergeschaut. Und ja, also ich verstehe das auch nicht, weil der John Karinski in dem... Kaczynski. Wieso habe ich jetzt hier... Kaczynski, sprich mir denn aus. Kaczynski? Mhm. Was ist mit dem R? Das ist so ein tschechisches Kaczynski quasi. Das ist super. Wieso steht da ein R? Den kennen wir beide. Ja, genau, aus A Quiet Place und da hat er wirklich super, großartig gespielt. Mit Bart. Mit Bart, vielleicht macht es auch der Bart, ich weiß nicht. Das sieht halt einfach aus wie so ein Bubi. Ja, also bei Tom Kletzer, also als Jack Ryan, hat er im Prinzip halt nur, also zwei Gesichtsausdrücke wäre fast schon übertrieben. Also der hat ja immer, also es ist im Prinzip dieser Gesichtsausdruck, den er hat auf dem Plakat, den hat er eigentlich durchweg, ich weiß nicht, wie viele Folgen das sind, acht Folgen oder so. Also keine Ahnung, also und das ist halt und auch diese, die Zutaten für diese Serie, also das kann Homeland um Längen besser und das ist halt einfach, da hat man schon so viel Besseres gesehen und deswegen wird es halt einfach langweilig und kann ich, also und ich habe auch die Bewertung von 8,2 auf IMDb habe ich aber auch überhaupt nicht verstanden. Also das ist halt so, ich weiß nicht, es gibt ja schon so Serien, die man so als Guilty Pleasure mal gucken kann und da haben wir sicher auch immer wieder mal welche geguckt, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht super anspruchsvoll, aber macht halt Spaß und erhält. Und ich fand halt Jack Ryan, dachte ich am Anfang, das würde jetzt auch so in diese Schiene fallen, nimmt sich natürlich naturgemäß oder der Thematik entsprechend ernst und da habe ich ihm einfach diese Rolle nicht abgekauft, tut mir leid. Und wenn die Hauptfigur das nicht trägt, ich konnte das, ich habe es, wie du schon sagst, ich habe dann nebenbei auch am Computer gearbeitet, ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe und habe dann immer so mit einem Auge hingeguckt und das, was ich da gesehen habe, hat mir schon gereicht und dachte, wie kannst du das weitergucken, das würde mich so aufregen. Ich kann. Du kannst. Ich kann. Ja, ich gucke jetzt gerade in unserer Liste, ob ich tatsächlich auch nochmal, also neben Jack Ryan noch so eine Enttäuschung finde, aber ja, also was mir zum Beispiel, was heißt enttäuscht, das war so wie erwartet und deswegen habe ich es da nicht weitergeguckt, das waren halt The Chilling Adventures of Sabrina, das ist auch so eine Guilty Pleasure Serie, die ich, die mir überhaupt nichts gibt, das ist so ein Teenie. Ja, ich glaube, das ist auch mit den Hexen und diesem, das ist glaube ich so ein Ding, was du vielleicht auch nicht so ganz magst. Nee, das ist, nee, hat mich einfach, Enttäuschung wäre aber jetzt auch wirklich zu hart, weil ich nicht enttäuscht war, sondern weil es eigentlich genauso war, wie ich es mir vorgestellt habe und ja, demnach konnte ich auch nicht enttäuscht werden, ich habe es halt einfach nicht weitergeguckt. Also ich habe noch das Staffelende von der letzten Staffel House of Cards, habe ich noch mit aufgeschrieben, weil bis zu den letzten zehn Minuten die Serie, also wirklich grandios war, auch die Robin Wright, also wieder als Präsidentin Underwood, alles gibt und das Spiel beherrscht so meisterlich wie kein Mann davor. Also die ist eine Kämpferin vor dem Herrn, also das ist Wahnsinn, das zu beobachten und dann passiert was und bummst ist die Serie vorbei und dann denkst du, ah nee, jetzt bitte nicht. Und das war es ja dann auch, also das geht ja definitiv nicht weiter, also und das habe ich nicht verstanden und deswegen habe ich es dazu geschrieben. Nachdem sie, ja hast du ja vollkommen recht, nachdem sie es eigentlich meisterlich geschafft haben, den Kevin Spacey rauszuschreiben, wo ich überrascht war, wie gut das funktioniert hat, hat man quasi die Abwesenheit, um es jetzt mal so nebulös wie möglich zu halten, die Abwesenheit von Kevin Spacey, nämlich Frank Underwood, tatsächlich zu einem zentralen Mysterium gemacht, dessen Auflösung dann das Ende darstellt, das ich persönlich als extrem unbefriedigend empfand, zumal, wie du schon sagtest, die Staffel als solches eigentlich so den Zenit dessen darstellt, was House of Cards ansonsten ausgemacht hat. Auch ohne Kevin Spacey, was ich mir ursprünglich gar nicht so richtig vorstellen konnte, aber die Robin Wright, die trägt diese Serie im Alleingang, macht das wirklich hervorragend und ja, leider hat auch diese Serie, ähnlich wie Lemony Snicket's Reihe betrübliche Ereignisse, kein für uns zumindest persönlich angemessenes Ende gefunden. Ja. Schade. Schade. Es ist immer so schade, wenn du halt, gerade wie House of Cards, wenn du so über Staffeln, viel Staffeln hinweg so etwas außergewöhnlich hochkarätig inszeniertes Gespieltes siehst, das dann mit so einem bitteren Beigeschmack endet. Ich glaube aber, dass das echt eine Herausforderung ist für die Autoren. Also das gelingt wirklich nicht allen Serien. Ja schon, aber dann habe ich das Ende trotzdem nicht verstanden, weil das hättest du auch anders enden lassen können. Ja sicher, aber man hat sich halt, hat sich halt dafür entschieden und das war, ja gut, ich gucke gerade nochmal, überfliegt die Liste, gibt es sonst noch irgendwelche großen Enttäuschungen? Also wir haben, wir haben noch geguckt, noch erwähnt, wir haben Sharp Objects geguckt mit Amy Adams, wir haben auch die zweite Staffel des Sinner geguckt in Abwesenheit von, wie ist sie, die nicht mehr mitgespielt hat. Und die Frau von Justin Timberl, Jessica Beer, haben uns beide, an sich waren ganz okay, aber nichts, was uns jetzt irgendwie so dermaßen geflasht hätte. Nee, hat auch nicht geflasht. Da haben uns die, also von Sinner hat uns die erste Staffel ja sehr, sehr gut gefallen, die zweite, ja, more of the same, wie man so schön sagt im Neudeutsch. Ja, dann haben wir ja auch Making a Murderer, die zweite Staffel gesehen. Ja, ist ja auch eine Doku-Serie. Ja, wobei ich auch da wieder, ich meine, die Geschichte ist ja echt noch nicht vorbei und die kämpfen ja weiterhin. Ja, ich meine, natürlich kann die Serie jetzt nichts dafür, was der aktuelle Stand der Dinge ist, ohne jetzt zu spoilern. Ja, dann hätten wir es auch lassen können irgendwie, weil... Tritt so ein bisschen auf der Stelle. Ja, genau. Ja. Das war's. Das war's, oder? Das war's. Was haben wir denn... Achso, wir haben ja, das Boot haben wir ja noch gar nicht erwähnt, gell? Das haben wir nämlich auch geschaut auf Sky. Haben wir? Mhm. Mhm. Aber... Ja, das Boot, also die Neue, erzähl mal was drüber. Ja, im Prinzip hat auch hier wieder Sky eine deutsche Produktion gestartet und zwar geht's um... Jeder kennt ja die Serie oder den Film Das Boot von Wolfgang Petersen und die Ereignisse von dieser Serie ist danach. Mhm. Genau. Also es ist jetzt keine... Also man hat zuerst... Kein Remake. Es ist kein Remake. Also nicht, dass irgendjemand denkt so, oh, jetzt haben sie das alles nochmal neu verfilmt. Nein, haben sie nicht. Sie haben jetzt einfach nur, ja, die Geschichte mehr oder weniger weiter erzählt. Nur mit einem anderen U-Boot, mit einer anderen Crew. Ja, und das spielt auch in La Rochelle, so wie das Boot ja auch endet. Was aber auch die größte Schwäche ist, wie ich finde, von der Serie. Ja, weil sie haben sich jetzt halt überlegt, wie machen wir das? Also es gibt nicht nur U-Boot-Szenen, es gibt auch Land-Szenen, wie zum Beispiel der französische Widerstand ist da mit dabei, die Gestapo. Genau, die Gestapo ist mit dabei. Also es gibt verschiedene Charaktere und Handlungsstränge auf Land und See. Und ja, das ist mal mehr, mal weniger geglückt. Es gibt Figuren, die sind auch hier mal mehr, mal weniger geglückt. Also es gibt eine Darstellerin, die, ja, da hätten sie eigentlich auch eine Puppe hinstellen können, die wäre wahrscheinlich ausdrucksvoller gewesen. Die hat jetzt nicht so überzeugt. Wer auf jeden Fall überzeugt hat, der weiß sich aber leider schon wieder nicht. Der Name, das ist nämlich der Gestapo-Mann. Der war wirklich herausragend. Der auch bei Game of Thrones den Jacken gespielt hat. Ja, der war gut. Ja, ich sag mal so, die Teile auf See, die waren großartig. Die Teile am Land waren eher so, kann man jetzt bitte wieder auf See? Und wenn diese Serie halt eines, also sie war großartig produziert, muss man dazu sagen, auch das wieder mal ein Indiz dafür, dass die deutschen Produktionsfirmen schön langsam irgendwie einen Riecher oder einen Geschmack dafür entwickeln, gute Serien auch zu produzieren und Geld in die Hand zu nehmen. Also das muss man der Serie mal wirklich ganz zugute halten, dass sie da halt auch wieder sehr viel Geld in die Hand genommen haben und dass man das sieht. Also allein deswegen ist sie sehenswert. Sie ist nicht schlecht. Aber sie hat vor allen Dingen eins geschafft. Sie hat uns Lust gemacht, die erste, also das Boot wiederzugucken. Und das haben wir dann auch getan. Wir haben dann die Ur-Serie, also die TV-Serie dann nachgeholt und meine Güte, ist das eine tolle Serie. Ja, das ist wirklich eine tolle Serie. Schon sehr alt, aber ungeschlagen, also was die Atmosphäre betrifft. Und spannend. Spannend ohne Ende. Und wenn man, wie gesagt, diese konstante Stimmung, diese Atmosphäre an Bord eines beengten U-Bootes, das macht ja die Serie aus. Und wenn man ständig damit bricht, indem man halt wieder zurück an Land geht, hat man sich so ein bisschen Luft rausgenommen in der neuen. Ja, das stimmt. Leider. Aber auch da wird es wohl eine zweite Staffel geben, weil das Ende darauf hinweist. Ja, ich weiß aber noch gar nicht. Ich habe noch nichts gehört und gelesen. Ja, aber ich glaube schon, dass ich... Ja, sieht fast so aus. Könnte man das fortsetzen, ja. Na gut. Jetzt aber. Jetzt aber sind wir... Haben wir denn einen Ausblick? Ich traue mir das gar nicht zu sagen. Nein. Nicht, oder? Also ich... Irgendwie nicht, ja. Ich weiß nicht. Ich weiß, welchen Film wollten wir dann... Also wir können jetzt wirklich nicht... Auf März kommt dann Captain Marvel. Ja, sagen wir mal so, wenn wir jetzt eine ganz, ganz sichere Bank... Dann wäre das tatsächlich Captain Marvel, den wir uns sicher angucken. Aber sonst haben wir tatsächlich momentan keine sichere Bank. Wir frönen ja auch noch einem weiteren Hobby und das sind aktuell sehr viele Brettspiele. Das machen wir sehr, sehr gerne. Aber es würde uns, glaube ich, ultimativ gar nicht so sehr davon abhalten, auch mal wieder ins Kino zu gehen, wenn denn dann was käme, was uns wirklich extrem reizt. Insofern, wir werden euch natürlich erhalten bleiben. Also keine Angst, wir werden jetzt nicht podcastmüde. Nein. Auch wenn es jetzt den Eindruck erweckt. Nein. Aber das liegt einfach daran, dass wir im Moment einfach nicht so die Filme im Kino sehen, die wir gerne sehen würden. Und wenn wieder welche kommen, dann hört ihr wieder von uns. Genau. Und im Zweifelsfall gibt es einfach wieder einen neuen Serien-Eintopf in drei Monaten oder so. Aber bis dahin, denke ich, werden wir uns in jedem Fall wieder hören. Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns von euch und geben das Wort an euch. Das heißt, wenn ihr uns Rückmeldung geben oder uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr euren Freunden von uns erzählen. Uns auf Twitter, Facebook oder YouTube folgen. Ihr könnt diese oder jede andere Folge kommentieren. Uns eine Nachricht schreiben. Ihr könnt uns auf iTunes oder panoptikum.io bewerten. Uns via Flatter unterstützen. Ihr könnt über unser Partnerprogramm bei Amazon.de einkaufen. Oder uns anderweitig eine Sach- oder Geldspende zukommen lassen. Alle Links und Hinweise dazu findet ihr, wie immer, in den Show Notes dieser und aller anderen Episoden im Podcast-Client eures Vertrauens. Und natürlich auf kat.exklamatio.de. Eigentlich sollte da jetzt noch ein Punkt kommen. Oder wenn ihr uns eine Rückmeldung geben möchtet, dann könnt ihr das auch gerne persönlich bei uns am Telefon, weil es gibt natürlich auch die eine oder andere Person. Die wir persönlich kennen. Die uns dann auch gerne hören und dann sagen, wieso könnt ihr nicht schon mal wieder podcasten? Könnt ihr mal wieder ins Kino gehen? Was macht ihr denn? Macht ihr? Macht ja gar nichts mehr. Also die, die uns persönlich kennen, dürfen uns natürlich auch gerne persönlich ansprechen. Wie auch immer. War das jetzt unnötig? Nein, das war okay. Okay, passt schon. Na gut, dann würde ich sagen, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Und ja. Alles Gute. Alles Gute. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.